Simon Albert Gelsen Simon Albert Gelsen Simon Albert Gelsen Simon Albert Gelsen Schroten müssen. Hätte ich zumindest glaube ich einbeziehen. Ach, leg dich doch nicht vor mich. Oh oh. Jawoll! Einen hab ich noch mitgerissen. Nein ey, hat er mich. Schade. Aber da hat er auch verdammt gut getroffen. Das muss ich ihm ja lassen. Bin ja fair. Du wirst doch aber beschnitten, ne? Jaja. Du Schnipper du. Nein! 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 Daneben ey! Nein! Ich hab ihn nicht getroffen. Jawoll, liebe Kinder. Auch mit Strohflinten könnt ihr daneben schießen. Hab ich denn hier ein neues? Ah, das nehm ich doch mal. Ich mag dich, Snipper. Ja, Junge. Ja, Junge. Hast du gedacht, wenn du da lang springst, krieg ich dich nicht, oder was? Hat er. Hat er gedacht. Hat er gedacht. Lass ihn denken. Hat er nicht geklappt? Achtung! Das scheitere Szenen ist neutralisiert. Achtung! Achtung! Ohohohohohohohohohohoho. Achtung! Wir müssen die von uns kontrollierten Einsatzziele erhalten. Aufruf. Ach du Scheiße! Was ist das alles? Das war gerade Spinnen auf dem Dachboden, ey. Da kamen auf einmal vier von der Decke runter. Worte, ich bin gerade abgemacht. Hm. Schön. Nein! 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 Sack! Hat ein Chaos hier. Geh da nicht rein, da ist voll Nein, schau Ja, da sitzt einer mit einer fetten MG Dem, dem, dem hast du nichts vor Achso, du kommst von oben vielleicht Ja, ja Junge, mitgenommen Nein Ich hab ihn mitgenommen, den einen noch Aber den anderen hab ich nicht gesehen Von hinten, hahaha Sonst hätte er dich nämlich getötet, Yatak Oh Dankeschön Ja, nichts zu danken Dass der nicht stirbt Nein, ah man Meine Güte Am aller, allerliebsten spiel ich Battlefield 3 Zumindest im Moment Äh, hallo, bist du doof oder da? Wäre der ich oder der? Ne, der Typ da oben, der, ich spawne, der schießt direkt da oben Ja, Frechheit, ne? Oh, ich bin tot Oh, ich bin tot, oben ist es echt hier oben Ja, ah, ist Oh, ne ganze Menge, die schaffst du nicht alleine Ah, du bist tot Ne, ich schaff ich auch nicht alleine Haha, aber es ist schon zu spät Nein Mit Glück könnte man die mit einer Nade irgendwie schaffen, oder so Ja Ja Das muss man nur gut werfen Die Na, das kann nicht wahr sein Ich hab immer noch hinten noch eine Hitze Weil ich sehr gut bin Ey, die kommen ja wie die Kernnickels spawnen, die hier ja Und wie ich dir wieder den Arsch rette Dankeschön Oh, wie knapp das Spiel ist 302 zu 340 Achtung, weg, weg, weg Granate Ich lieg unten im Eingang Und schnippe nach draußen Hab ihn Oh, ich hab dir jetzt auch gerade mal den Arsch gerettet Das ist nett Und jetzt hab ich dir nochmal den Arsch gerettet Ich steh auch wieder Da wird wieder einer rein hier Hier kommt noch einer Haha, ich hab keinen Lauf Haha Schade, da kommen zwei von oben Nein, der eine hat mich Drei von oben Ach, schade, ey Schön Das ist das Schöne mit der Schrotflinte Du kannst immerhin noch schießen Während du nachlädst Dann hört der nämlich auf nachzuladen Und schießt einfach Ja Hast du nicht überall Ne Oh, wie geil So eine Actionfilmszene Ich bin gerade die Treppe runtergesprungen Und währenddessen hab ich den Typen da weggemacht Nein, da kommt er von rechts Ich hab gerade so'n guten Blick gehabt Ich hab gerade so'n guten Blick gehabt Nein Äh, nein, ich frage mich Ich frage mich Ich wollte dich gerade fragen, warum Äh, nein, ich frage mich Und dann dachte ich mir, okay, die Frage, warum schenke ich mir Warum spring ich denn hier runter Ja, das hab ich auch nicht so ganz verstanden Ach, da war doch sonst immer ein Gang dazwischen noch , nein, wir haben das eine partner Ich vergehe mich, da kommst column preserving dich Und dann, da kommt sie Ja, ja keine Ahnung, Info-Tree! Ist keine gute Idee, hier zu liegen! Sag ich doch. Mit dem Granatwerfer, mit dem M320. Du Arsch, ey! Warte, Yatak, ich spawner! Da kam sie schon von hinten, das hätte ich nicht mehr machen können. Warte, Majo, ich spawner hier. Ja, ja, mach mal. Aha, ich bin tot. Ah, endlich, ich hab ihn. Nein! Nein! Nein, ich wollte doch gerade drauf, Mann! Ich komm mit, ich komm mit, ich spawn bei dir! Nein! Ah, er hat mich! Die liegen da, die liegen da alle! Die liegen da alle, die Drecksäcke! Vier Stück sind in dem Raum. Aua! 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 Ich dachte, ich könnte mal eben cool wiederbeleben, den Kerl, aber da war's. Da hab ich mich wohl vertan. Ah, hab ich wohl falsch gerechnet. Oh, ist das spannend! Jetzt haben wir 158, die 108. Aua! Aua! Alter, krieg ich hier gerade Zucker! Bunker! Nein! Aua! Ich spawn bei dir und sterb. Durch Granate! Ja, ja, ich bin auch mit der Granate hochgegangen. Ich hab mir grad so viel Mühe gegeben. Alle jenen in den Bunker, nur Granate, die fängt die Granate. Und jetzt nicht erstmal immer drauf schießen, weil jetzt könnte ja entdeckend sein. So, hab ich! Oh, was? Oh! 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 Ah, der ist offen. Aber der nicht! Den haben wir noch! Oh! 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 Zehn Tickets zu 115. Wir gewinnen, Mario, wir gewinnen. Ja, sauber. Komm, schnell, spawn, 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 spawn. Ja, Junge! Und ich hab noch zwei Kills mitgenommen. Ich hab ne, hab ne, 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 Errungenschaft bei Origin Gold. Vollstrecker. Vollstrecker. Zack, Junge. Oh, schön. Oh, Punkte, Punkte, Punkte. Krieg ich die 50.000? Level 47,5. Level 4. Schön. Komm schon. 617C freigespielt. Ich bin bei 48,3. 48,5. 48,7. 48,9. 49,1. So, äh, ich würd sagen, das war's für heute, liebe Freunde. 49.800. Oder wir machen noch eine, ja, tag, entscheid dich. 15 Sekunden, komm. Machen wir nächste Runde. Machen wir nächste Woche. Alles klar. Dann würd ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.